ja erst mal fixen okay du musst jetzt mal aufstehen dafür musst du erst mal aufstehen und dann hierher gehen genau aufstehen passt eh schon wunderbar der stuhl ist eigentlich ganz okay oder komfort 3 schreibtischstuhl der boss wir haben so viel kohle wir können ja tun wir den erst mal hierher schon mal du und erst mal dahinter schon mal hier ja also pc spaß 6 zuverlässigkeit 3 videospiel spaß programmierfähigkeit alles ist drei schon mal was es so gibt für pc computer oder computer computer also generell es gibt es alles die jahre sind das für ein biest schalte hey wenn wir technik guru level 9 sind können wir uns den kaufen das ist ja unser berufszweig top-secret computer das sieht man gar nicht hier bosshaft gell sitzen wie ein boss es ist so das ist ungefähr so wie piezel wie ein champion gibt es auch hier um auf die frage zurückzugreifen mir geht es fantastisch und dir gags fantastisch boah fantastisch geht es mir eigentlich fast nie aber es geht ganz gut hey ich habe spaß in der nacht mit euch sind noch viele leute im chat aktiv 3 19 stream läuft so weit so gut fantastisches etwas übertrieben aber natürlich tun meine füße weh und ich muss auch zwischen noch ein paar schmerztabletten schlucken wegen meinen verletzungen aber es es passt schon jingis khan sperren sengs was erfolge man prüschede daten endo in seite schauer erfahren ein greetings von münich germany über ever you are in this whole white world merce für ein voller haupt spaß genießt die show und liebe grüße aus münchen wo immer du dich da draußen befindet ist auf unseren globus gunter schmidt das funktioniert immer noch nicht hier danke jedes mal kann sie mir nie merken unter dem stream ist der link auch hier bei den infos was ist passiert gags ja ich kann bei beiden füßen momentan nur den großen und den kleinen zeh bewegen und auch nur auf der ferse laufen ich kann den vorder ich kann den ferse kann ich bis kann ich belassen und den mittelfuß den vorn von die c nicht ist halt die op das knorpel weggeschnitten worden da der knorpel kaputt war tot war dann ist da was abgebrochen worden vom knochen deine schraube rein und so weiter sehr viel blödsinn es müssen sich hat die sehnen venen muskeln nerven alles wieder neu darum wurscht und dann kann ich irgendwann wieder gehen hoffe ich doch mal also erstmal hier bei twitch erfolgreich sein und dann wieder gehen können steinzeitprozessor können wir uns nicht leisten schriftsteller karriere geheimagenten karriere ach du kacke orakel verbrecher karriere kann man ja alles nicht kaufen hier nur das da groß weiter desktop spaß ziehen unkaputtbar leute sowas braucht man mit sowas kennt sich ushi aus hier elli 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 ist da grüß dich oh danke danke für gute besserung das wird schon irgendwann passt schon deswegen habe ich auch noch keine ganze kamera hier so deswegen zum arsch braucht sie mich nicht sehen da bist du ja du hast du mich gewarnt du schaust noch vorbei ich weiß es ja schön dass du da bist um 3 22 ist mir eine ehrlich zu begrüßen wie geht es wie steht es computer weg atom smurf thanks for the follow buddy i appreciate it enjoy the show have fun and greetings from munich germany wherever you are in this whole white world merci für dein follow habe spaß und liebe grüße aus münchen wo auch immer richtig draußen befindet auf unserer welt also unkaputtbar mit sowas kommt auch hier ding zurecht so was würde selbst endlich kaputt machen können die elli elli den computer und kaputt jetzt brauchen wir noch ein boss stuhl wir müssen gebrauchten stuhl mit zehn komfort stuhl für uns zur besten ja dass da genau macht es geht ja auch nicht hier drehstuhl ich habe schon das beste stuhl da der boss ist ja schon gibt es glaube ich nichts besseres hier außer ich bin habe habe eine geheimagenten karriere ich habe ein astronauten das passt schon der stuhl ist schon anscheinend gut ja ich lebe acht stunden zug fahren mit den anderen war verdammt lustig jenny jetzt bist du wo jetzt in welchem ort so da machen wir weiter im besten computer besorgt jetzt können wir weiter zocken hier also beller lassen wir heute mal in ruhe wir haben genug techtel mächtel gehabt die letzten tage außer sie kommt zu besuchen ach die ist ja apropos beller hey baby da bist du ja schön hier da so perfekt so gefällst du mir also herein bitten wir können ja mal wir tun jetzt vermüpfeln wir werden gleich duschen aber erst mal bitten wir sie herein und versuchen heute ein erneutes techtel mächtel mit ihr also obwohl ich eigentlich meinen neuen computer ausprobieren wollte ziehen wir die frau mal vor hey du macht ihr macht jetzt sport kannst machen ich dusche in der zeit dann will ich nicht so müssen wenn du mir fürs macht nichts ich dein schweiß leg ich einfach ab naja gehen erstmal duschen das ist immer frisch für die kleine immer duschen wir ein boss war eine neue dusche wäre auch gut wir tauschen die ganzen sachen mal aus und damit wir sie unseren neuen haus auch direkt haben dusche hat sie kaputt gemacht macht nichts nach zu hause am arsch der welt und morgen kommt batman und dann italien das kämpft da oh je immer nur action bei dir aber hey du kommst rum das ist doch schön hier schau du kommst in der ganzen weiten welt rum du kannst sagen du warst überall hier du warst überall nadex nadex thanks for the follow appreciated enjoy the show have fun and greetings from munich germany wherever your answers whole white world hey merce für den follow habt spaß genießt die show und liebe grüße aus münchen wo immer du dich da draußen befindest also er erst mal romantik hier erst mal erst mal händchen halten mehr auswahl romantik knudeln mehr auswahl romantik ein kuss hauchen machen wir direkt kuss und macht man sofort dran hier wir sind hier mit der zusammen von daher nutzen wir das direkt aus hier das ist etwas schneller geht na baby wenn man in den spiegel schaut ist einfach wunderschön hier so schön wie du bist ein spiegel hält das gar nicht aus harvey 890 hey thanks for the follow i appreciate it enjoy the show have fun and greetings from munich germany wherever you are this whole white world hey merce für den follow habt spaß genießt die show und liebe grüße aus münchen wo auch immer du dich da draußen befindest wieder klopft jemand nix gibt's bin hier mit meiner kleinen hier wow das ist ja auch eine aber sorry ich muss mich gerade um meine freundin kümmern und ich kümmere ich mich später kein problem machen wir schon eine nach der anderen hier du brauchst deine boss auf der dusche her habe grüß dich sehe dich ja im chat genau hey hey how you do my friend hey nur rota thanks for the follow i appreciate it enjoy the show have fun and greetings from munich germany wherever you are this whole white world merci für den follow habt spaß genießt die show liebe grüße aus münchen wo auch immer du dich befindest da draußen oha du solltest mal deine nachricht aufnehmen und immer wenn ein neuer follower kommt abspielen nee nee ich variierte immer so ein bisschen also ich habe früher war die nachricht riesen lang also aber nur einsprachig glaube ich nie sie war auch multi multi kulti jetzt habe ich halt zwei sprachen aber das kürzer ja ich war auch überall umgang kroatien tschechien berlin italien umgang kroatien tschechien berlin italien herbstfest und so weiter ok when are you giving it away yeah here are the rules my friend i'm back in the house hey stacks how you doing welcome back another girls action incoming you know what i'm talking about naja ja jetzt war doch nur von wie fahren gibt's net gibt's net deine späße sind komisch nee du musst ab jetzt wo du spaß machst spaß doppelpunkt schreiben damit ich auch weißt was du meinst ja ist schon klar dass er spaß habt ihr auch so verstanden deswegen habe ich sie auch so erklärt nur am anfang war der text echt ewig lang eine ganze minute gelabert und das war nicht so wirklich perfekt ständchen bringen natürlich und wange küssen machen wir auch hey der neuron du hast dich zum follower durch gedrungen hey vielen herzlichen dank hier danke für dein follow hab spaß genießt die show und liebe bis aus münchen schicke ich auch dir hier mit ja klar hab's ja verstanden ne points gehen hier nicht du points gehen hier nicht das musst du woanders machen händchen halten ja stacks ha 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 kecks poops romantik küssen direkt küssen romantik knuddeln das ist doch süß oder i gave away already two keys today i'm not sure maybe next will be later or tomorrow it's it's late here in germany it's actually it's 3 29 am so we will have giveaways later or maybe tomorrow i already did two rifles today but first you need points i posted you the rules for this giveaway wo waren wir ich will techtel mechel auf geht's hier knuddel weiter geht's ich muss sagen ushi gags hat wirklich große huken und big fat butt ja aber das ist zufällig bei der charakterstellung kann man den charakter drehen und immer wenn man irgendwo zieht wird das ding länger ich habe aus Versehen jedes mal bei den brüsten gezogen habe es dann so gelassen und dass sie jetzt so fett ist ist ich bin viel zu hause rumgehockt vom pc habe viele romane geschrieben habe viel gespielt und dann werden wir aber noch trainieren ich habe ja hier ein box sack mir schon geholt im trainingsband wird man noch so ein fitness ding hier aufbauen nebenan aber erstmal müssen wir uns um die komische karriere kümmern hier und die erfordert viel sitzen genau kone unten kann schauen gibt es ganz ganz viele spiele die noch kommen und die schon waren ja es ist jetzt wert schmal alles aufzuzählen wenn ich es unten alles eingetragen habe was ist mit ihr über am spiegel eine rede um das charisma um von uschi zu erhöhen nein wir sind da genug i was sitting here for two hours in someone else live stream and i didn't win sims 4 yeah man it's kinda random you know sorry to hear that but hey don't be sad will happen now i will have a giveaway tomorrow too and maybe later i am not sure how long i will stream today streaming for 9 hours and 14 minutes 40 punkte verloren schon mal hier wange küssen machen wir direkt verführerisch sein, nein, Heidensintrag machen wir nicht hier, lass mal Hände küssen schmutzigen Witz erzählen und knuddeln auf geht's ich mein's Assassin's Creed Unity ich hab noch kein Assassin's Creed gespielt, Leute ich hab die letzten 10 Jahre eigentlich nur Wow gespielt oder dann irgendwelche Autoren spiele, hab viel verpasst und ich zock meistens immer die Spiele im Stream, jetzt dann irgendwie Teil 3 oder Teil 4 oder Teil 5 fang ich meistens mit an und stelle mich halt doof an, da alle anderen kennen die Spiele schon und ich hab keinen Plan davon, aber passt schon Why are you I said I was a fat yesterday, she was a